Hey Leute, was geht? Ich freue mich und willkommen zu einem Video mit Ente! Was geht? Was geht, Junge? Wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Warum bist du Polizist? Warum bist du Polizist? Hey Juri, du bist festgenommen, Alfa! Wieso habe ich nichts an? Bin ich kein Polizist? Oh, hier ist meine Uniform. Was geht? Was geht? Woll, ich wollte es gerade festsehen. Denn Leute, wir machen heute Halt-N-Zig hier im Gefängnis. Ich muss es schaffen, hier rauszukommen. Let's go, Ente, zähl! Ich gehe mich schon mal verstecken irgendwo. So, und ich darf ja richtig krasse Skins benutzen und alles. Ist ja okay, ich darf ja aber nicht komplett rausgehen. Ich würde sagen, am Anfang bleibe ich im Erdgeschoss, Ente. Du wirst mich eh gleich irgendwo finden. Hey, safe finde ich dich easy, Alter. Niemals! Okay, ich habe jetzt einen Skin reingemacht, Leute. Und ich bleibe jetzt hier so ungefähr. Ente, du kannst kommen! Ich komme, ich suche dich! Du wirst mich niemals finden, Junge! Alfa, mach mal Piep! Ah, was? Ich habe dich gehört irgendwo? Wie, du hast dich gehört? Wirklich? Oh, oh, jetzt wird es gefährlich, Leute. Nein, das ist Minecraft, Alter. Du wirst doch keinen Päusten. So, ich mache mal das hier so ein bisschen nach oben, damit ich mehr sehen kann. Oh, ähm. Ja, auf jeden Fall, Ente, das Wetter ist heute wunderschön. Hey, du bist in meiner Nähe, oder was? Nein, habe ich nicht gesagt. Hä? Hier in der Zelle, oder? Nein, Ente, ich bin nicht hier. Wo bist du, Alfa? Ich würde mich hier niemals verstecken, Junge. Geh einfach weiter, okay? Und, ähm. Wo? Ah, warte, ich habe dich gefunden. Da, Bro! Nein, du hast mich bekommen. Komm, wie, Junge, Alter. Hä, ich habe dich zuerst echt nicht gesehen. He, 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 oh, Mann. Oha, jetzt bin ich hier der Polizist geworden. Guck, jetzt habe ich alle items, okay? Oh nein, ich muss weg hier. Ja, nein, ich verstecke mich. Ich verstecke mich hier irgendwo. He, he, he. Verstecke mich in der ersten Etage. Viel Spaß beim Suchen. Okay, in der ersten Etage. Oha, die erste Etage ist riesengroß. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Suchen. Als ob ich dich da finden werde. Das glaube ich eher weniger. Ach so, darf ich schon? Ich warte noch ein bisschen, ähm. Was, 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 was? Sag, wenn du bereit bist. Sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Okay, let's go. Erste Etage muss ich eh hier hoch. So, okay. Die Kamera sagt, wo sind sie? Okay, die kann nicht reden. Okay, ich muss weitersuchen. Oha. Du bist nicht in die... Warte, hier ist die Tür offen, Ente, im Waschraum. Hä, im Waschraum bin ich nicht? Ente, wir waren gerade Türen offen. Nein, 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 das bin ich nicht. Aber du hast jetzt auch keinen Skin reingemacht, oder? Weil du das jetzt auch... Nein, ich habe auch Kamo-Skin reingemacht. Kamo-Skins sind heute erlaubt. Oha, wenn du hier irgendwo bist, kann man hier in die Ecke oder so? Ich glaube nicht, oder? Nein, nein, nein. Ich werde dich festnehmen, du Dieb. Hä, warte mal. Du wirst mich nicht festnehmen, ich habe gar nichts gemacht. Okay, hier warst du wirklich nirgendwo. Okay, ich muss weiter gucken. Hier ist es dunkel. Nicht, dass du in die Ecke bist. Oh, vielleicht hast du dich aber sehen. Bin ich schon vorbeigegangen? Nein, Spaß. Ich habe dich nur nicht gesichtet. Okay, okay. Aber du bist in keine Zelle reingegangen, oder? Nein, ich bin in keiner Zelle. Hier steckt nach Schweiß, wo ich bin. Hä, nach Schweiß? Da musst du, glaube ich, im Fitnessraum sein, oder? Nein, 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 nein. Natürlich nicht. Oha, wenn ich dich jetzt hier finden werde, Ente. Das wäre viel zu krass. Wirst du eh nicht. Hä? Ah. No, das ist ja richtig gut. Was denn? Oha, hier ist so ein neues Gerät, was ich probieren will. Ente, was geht? Au, was geht? Ich habe dich kaputt, Junge. Ich muss trainieren. Nein, Mann, bitte nicht mit mir. Ich bin bleiblich zu dem Weg. Okay, okay, jetzt bin ich wieder dran. Leute, wir haben noch andere Kamo-Skins. Ente, ich verstecke mich jetzt außenrum, also draußen. In keiner Tasche, sondern draußen. Was denn? Aber ich darf dich doch eigentlich gar nicht draußen rauslassen. Ja, Ente, ich bin hier halt zur Seite gesprungen und habe es raus geschafft. Ja, Mann. Ja, dann fahre ich dich gleich wieder ein. Ja, ja, gleich. Ich muss erst mal einen Kamo-Skin reinmachen. Warte. Leute, schaut mich jetzt an. Ente, ich würde mich so niemals finden. Natürlich werde ich das fertig. Okay, du kannst schon. Komm, Junge, ich bin bereit. Ich bin auch bereit und ich werde dich finden einfach. Ich sage, da, wo man die Tür öffnen kann, wo es so rausgeht, da kann man so zur Seite rausspringen. In die Richtung bin ich ungefähr. So, dann finde ich dich doch gleich bestimmt. Du wirst mich niemals finden, Junge. Ich bin so gut versteckt, Leute. Mensch, bist du eine Baum oder so? Nein, da haben wir keinen Kamo-Skin, oder? Was? Ich glaube, wir haben keinen Baum-Kamo-Skin, oder? Ich weiß es nicht. Okay, es wird auf jeden Fall gefährlich, Leute. Soll ich vielleicht meine Position ändern? Weil ich sehe, gerade da vorne ist, glaube ich, noch besser. Wo bist du? Okay, Leute, ich ändere, glaube ich, ganz schnell meine Position. Ich glaube, hier ist es ein bisschen besser. So. Oh, Ente, du bist nicht in meiner Nähe, hä? Hä, was? Ich bin in deiner Nähe echt jetzt? Nein, 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 bist du nicht, Junge. Sag mal, Alpha, wo versteckst du dich? Ich hoffe, das ist ein krasses Versteck. Ja, ich bin auf jeden Fall irgendwo draußen oder so. Und einen Stein bin ich auf jeden Fall diesmal nicht. Hey, du bist nicht, dass der Watte da bist. Du auch nicht, was? Es gibt doch ganz viele Grasblöcke auf der Map und so. Ja, ich suche gerade, wo bist du? Meine, du bist doch selbst so ein Grasloch. Jetzt hast du mich nicht gesehen, das lügt nicht. Lügt nicht, was laberst du? Ja, ja, ja. Hey, wo? Ich habe mich schon längst tausendmal gesehen. Warte mal. Was? Einfach? Leute, oben ist jetzt da, man sieht das. Was geht? Was geht? Ich habe dich gefunden. Einfach ein Holzkin. Okay, du bist wieder dran. Jetzt werde ich wieder Polizist. Jetzt bin ich Holzpolizist. Let's go. Let's go. Alpha, ich bin versteckt. Okay, wo bist du? Bist du in der ersten Etage oder? Hey, ich bin draußen. Aber es ist jetzt megaschwert. Auch draußen. Oha, okay. Dann wird es schwer, Leute. Jetzt muss ich hier überall hingucken. Oha, das ist uns viel zu schwer. Du könntest hier einfach auch sogar so ein Steinskin sein oder so. Und zählen, weil die sind ja richtig krass. So, ich muss jetzt wirklich überall hingucken. Ich kann hier einfach mal diese Kameramont benutzen. Dann kann ich hier eh mehr sehen. So. Springen wir mal hier weiter. Hier sehe ich auf jeden Fall nichts in dem Bereich. Okay, gehen wir mal einfach weiter. Also, ich gebe mal ein bisschen Tipps. Bist du irgendwie unten oder bist du, ähm... Hä, wo ich bin? Das sage ich dir nicht. In Baumhöhe oder in was-weiß-ich-Höhe? Hä, ich sage dir nicht, wo ich bin, Alpha. Das ist geheim. Hä, guck mal an. Wie viele Steinblöcke hier sind bei der Brücke. Oha, als ob ich dich hier finden kann. Jo, du findest mich nicht. Ich dachte gerade, ich fahre hier runter. Okay. Oh, Mann, was? Ich gehe mal hier rüber. So, ey. Hier sind so viele Blöcke. Man kann sogar hier rein. Man kann hier in die Ecke. Guck mal weiter. Mein Versteck ist so gut. Das glaube ich dir. Aber warte, wie komme ich jetzt überhaupt da rüber über die Brücke? Ah, ich kann da rüber schwimmen. Nice. Ähm. Oha, ich habe dich gerade gesehen. Wie, du hast mich... Hä? Warte mal. Das bist du nicht, oder? Hä, was denn? Da vorne. Das bist du nicht. Hä? Hä, was lärmest du? Oha, du hast ein Wasser-Skin. Hilfe. Oha, aber der ist nicht durchsichtig. Das geht leider nicht. Nee, aber leider nicht. Oha, wie krass. Okay, dann bin ich noch einmal dran. Nee, du bist als Polizist. Let's go. Ich bin Polizist. Let's go. Okay, Ente, du kannst gleich kommen. Ente, du kannst auf jeden Fall gleich in die zweite Etage kommen. Aber noch nicht, okay? Warte kurz. Hey, ich bin schon da. Wie, du bist schon da? Ich war noch einen guten Spot, ey. Alferstein, Alferstein. Alles muss versteckt sein. Oh, kann ich mich vielleicht hier irgendwo reinbangen oder so? Nee, geht nicht. Schade, weil manchmal haben wir solche Blöcke, wo man rein kann. Soll ich einfach hier bleiben? Ich glaube, hier ist krass. Okay, Ente, zweite Etage. Du kannst schon mal kommen. Bin schon unterwegs und such dich. Oha, hier ist richtig gut, weil hier ist richtig viel. Ähm. Sind du vielleicht in der Bibliothek? Ja, ich lese gerade Bücher hier. Ah, warte, ich finde dich. Nein. Das glaube ich nicht, Mann. Doch, doch, ich bin dahinter, wirklich. Hey, Junge, ich suche dir die ganze Zeit, aber hier ist gerade niemand. Doch, irgendwo Bibliothek, da ist so ein Mathebuch und so. Ja, ja. Nein, als ob du dich an dem Mathebuch versteckst. Warte mal, ich laufe weiter. Ja, ja, lauf ruhig, lauf ruhig. Gib dir Mühe. So, bist du in der Krankenstation? Äh, nein, nein, nein. Da würde ich mich niemals verstecken, Ente. Du kennst dich doch. Da hinten im OP-Saal. Äh, nein, bitte nicht. Guck nach mich, okay? Hey, im OP-Saal bist du nicht. Boah, zum Glück. Du hast dich nicht gesehen. Hä, was? Ich hab dich nicht gesehen. Wie, wie? Wo bist du einfach? Weiß nicht. Bist du rausgelaufen, oder was? Ja, ich bin mit Weltall. Was? Wo? Ja, nee, du warst schon gerade im richtigen Raum. Hey, welchem jetzt? Ich schicke gar nichts mehr. Ja, da wurde ein Doktor gearbeitet und so. Oh, ähm. Warte, das schau ich jetzt mal alles durch. Nein, schau nicht alles durch. Hier ist eh richtig unfair. Nein, nicht rüberhüpfen, das ist unfair. Das ist meine Taktik. So, jetzt hier drüben. Let's go. Oh, jetzt wird es gefährlich. Äh, warte. Wo bist du einfach so? Nein. Ich wollte nur sagen, geh woanders hin. Oh Mann, alles auf. Aber Leute, lasst direkt da. Lasst da. Aber da wird es nicht gefallen. Tschau am Ende vorbei. Und da will ich sagen, tschüss. Tschau.